hey leute was geht und willkommen zu einem neuen video aber diesmal soll es nicht um mich gehen oder um meine let's place sondern heute geht es um eine person die geburtstag hat und zwar heute alex auf youtube bekannt als alex der displayer ist ein wirklich wirklich super kumpel für mich wir haben uns damals so richtig erst in der sechsten klasse kennengelernt obwohl wir schon einige jahre nebeneinander wohnen naja jedenfalls hat er heute geburtstag und ich habe lange lange überlegt was ich ihm für ein geschenk machen kann neben dem normalen geschenk das auch noch bekommen wird alex kommst du noch keine idee denn ich habe ja du schließlich die möglichkeit dazu ein nettes video für ihn zu machen außerdem werde ich den kanallink in der beschreibung haben damit ihr ihn vielleicht abschenken könnt und damit er möglicherweise sogar vielleicht einen abonnenten dazu bekommen kann an sein geburtstag das würde ihm bestimmt sehr freuen es echt lustig was wir schon alles erlebt haben was ich scheiße gebaut haben dafür wollte ich dir einmal danken und dir vom ganzen herzen zum geburtstag gratulieren alex bleib so wie du bist denn so wie du bist bist du super so leute das war's erstmal wenn ihr bock habt guckt bei alex vorbei und ich wünsche euch noch einen super schönen warmen tag bis dahin euer ilios 3x5